Die Fragestellung sieht wie folgt aus. Wir haben die Ableitung gegeben, das Originalschaubild allerdings nicht. Nun sollen wir von der Funktion den Wendepunkt bestimmen, bzw. diesen in die Ableitung einzeichnen. Um den Wendepunkt eines Schaubilds in der Ableitung zu bestimmen, geht man wie folgt vor. Für das bessere Verständnis erkläre ich das ganze Thema anhand eines Beispiels. Hier eingeblendet nun die Beispielsfunktion. Jetzt deren Ableitung. In der Ableitung sind alle Extremstellen, sprich Hoch- und Tiefpunkte, die Wendepunkte des Originalschaubilds. Es kann allerdings noch gefragt sein, um welche Wendepunkte es sich handelt. Das ist ebenfalls schnell zu lösen. Die Hochpunkte sind die Links-Rechts-Wendepunkte, die Tiefpunkte sind die Rechts-Links-Wendepunkte. In unserem Fall ist es also ein Rechts-Links-Wendepunkt. Ich bin Enrique Fernandes, hier bei FMH Studios. Bis zum nächsten Video. Adios.